Ich hoffe, ich habe jetzt wieder genug. Willkommen zurück. Danke. Oh Gott. Ich muss erst mal mit dem Mund knuddeln. Mit den Katzen. Die haben wohl erst mal tot gekuschelt. Auf den Schreck erst mal Hauptquist machen. Und dann taste ich mich an die nächste Indie. Warte, wie viele Sternchen habe ich jetzt? Ich kann mir das nächste kaufen. War doch hier, ne? Ich glaube. Irgendwann? Wo ich mir für die Sternchen was kaufen konnte. War doch hier, glaube ich, oder? Der Annahme. Ja, das war da oben. Gut. Ja, ich... Warte, ich habe was für dich. Ah, okay. Warte. Ah. Sehr cool. Danke. Ich habe keine Ahnung, wer da heiratet, aber ich bin eingeladen. Okay. Sehr cool. Da trage ich mir auf jeden Fall noch einen Kalender ein. Wann war das nochmal? 28.05.19 Uhr. In 19 Uhr passt es auf jeden Fall. Das weiß ich. So. Da trage ich mir das nochmal ein. Das heißt, wir müssen mit dir einfach mal ein bisschen shoppen. Über den Outfit. Ja. Oh, ich liebe shoppen. Weil ich gehe nämlich zum Beispiel nur so. Uh. Sehr schick. Sehr schick. Und ich gehe halt im Partner-Look mit dem, der mich eingeladen hat. Ja. Du, ist auf jeden Fall eingetragen? Das wird lustig. Hm. 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 Wenn die die Gold- oder Platin-Hortzeit haben, kannst du das sagen, dass du zwei Begleiter am Ende bekommst. Okay. Sehr cool. Einmal ein Brautjungfern-Mogri und ein mysteriöses Geschenk. Ein MPC weiter rechts. Hm. Hä? Ein MPC weiter rechts. Ah. Ja, wusste ich doch. Ja, wusste ich doch. Du wolltest nochmal schauen, was da ist, ne? Ja. Naja, beim letzten Mal war ich sogar so blöd und wusste nicht, wie man runterscrollt. Um das, ne? Alles ordentlich angezeigt zu bekommen. Dann musste Wundrona mir noch sagen, ja, du kannst doch runterscrollen. Und ich dann nur so, oh, scheiße. Ich, ja, ich bin schwer verbegriffen. Hm. Was holen wir uns denn? Was holen wir uns denn? Hm. Danke. Sehr nett. Wir holen uns das einmal. Ich hab immer noch Geld. Wir holen uns das einmal. Das muss ich wieder sparen. Äh, passt sogar. So ein bisschen zumindest. Jetzt seh ich doch schon wieder viel, 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 viel schicker aus. Erstmal halb gestorben. Ah, wo muss ich hin, dahinten, wo muss ich hin. Ah, ich gehe gar nicht. Ich möchte mal schauen, wie es in dir aussieht. Ich möchte mal schauen, wie es in dir aussieht. Ja. Ich möchte dir einmal das Trollzeug in ein Kleid holen für 18.000. Oh, okay. Wie funktioniert das? Wie, was war... Äh, auch divers. Und dann kannst du einfach einmal treu zu den Kleidern anprobieren. Erstmal schauen, wie es aussieht. Ah, okay. Äh... Anprobieren. Und... Äh... Dann, damit man es auch... Achso. Ist dann in diesem kleinen Fenster, ne? Mhm, genau. Äh, okay. Gefällt es dir? Ja, geht so. Geht so. Ähm... Also schlecht ist es nicht, aber... Aber es geht. Ähm... Dann kann man mit. Oder? Da. Noch eine Stadt, in der ich es gerne verlaufe. Wobei, Uyda ist nicht ganz so schlimm, wie... ...die andere. Da ist er noch Münster? Hm, da verlaufe ich mich ja nur. Guck mich ja nur nicht mal mit den Eteriten klar. Ah... Da. Mhm. Hm. Ich schicke gleich in den Gruppen-Chat links unten. Dann schicke ich ihm ein paar Sachen, da kann ich es einfach rechts zicken und anprobieren klicken. Okay. Hm, ja. Das ist schon eher. Das ist schon eher. Ja. Das ist schon eher. Hm, hm, hm. Wie wär's da, ne? Für ne Hochzeit. Ja, warum nicht? Habe ich zumindest ne gute Figur drin. Also... Kann ich mich nicht beklagen. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich für ne Hochzeit angemessen ist. Ahhhh! Ja. Hm. Aber... Fick ist es. Und dann das hier vielleicht noch? Uh, das ist geil. Das ist mega geil. Du kannst auch, wenn du Rechtsklick drauf machst beim Anprobieren, kannst du auch die Farbvorschau anhalten. Ganz langsam, wie das gefärbt aussieht. Okay. Ah. 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 Uh. Das sieht geil aus. Uh. ja doch doch dass das gefällt mir schon eher das sieht das wäre es aber das wirklich schönes gibt in unserer preisklasse das andere einzige schönes ich noch hätte wäre das hier aber das ist halt schon ein bisschen ein bisschen teurer dass du kannst dir mal raten wie viel würdest du dafür ausgeben ich weiß nicht wie teuer sie leider so im dreh sind ja ich würde wahrscheinlich relativ günstig denken und soll ich sagen 1,2 million dafür was für das kleid ja ist das aus gold ja nee ist das eine ernsthafte frage ist das aus gold das hier würde auch 400.000 kosten geil aber teuer soll ich mal was lustiges sagen das kleid eben und das kleid habe ich beides geschenkt bekommen sehr cool das stimmt wie ich mit der dicken katze ja ja dicke katze mein treuer begleiter ja du machst das was ich gedacht habe ja rohe dich auf die seite ach du bist so teuer ich liebe dich es gibt aber schon echt teure kleider ja willst du ding halben oder? ding! ja oh sehr gute frage das eine ganz alt werden das andere nicht was davon ist günstiger das ist ein beides ungefähr gleich viel wert aber dafür soll ich nur möchtest du färben oder möchtest du nicht färben ich glaube ich möchte nicht färben ich glaube das gefällt mir schon so ganz gut danke dir bitte sehr anbieten danke was willst du dafür haben gar nichts wie gesagt es war wirklich nicht so teuer ach wo wir jetzt schon hier sind hast du schon gehilfen da da kannst du jetzt zwei gehilfen erstellen nicht weil du kommst dann nochmal in die charaktererstellung da kannst du deine gehilfen wirklich selbst erstellen ah ok ja Ja. Uh. Das stimmt, mein neuster Erstellte-Karten. Wie ich gespeichert habe. Das dauert wieder Ewigkeiten. Ich merke es jetzt schon. Die Charakterpätschirme sind nicht gut. Die sind niemals gut. Die Charakterpätschirme sind nicht gut. Die Charakterpätschirme sind nicht gut. Wunderbare Schließwächer Irgendwie war das klar Wunderbare Schließwächer Wunderbare Schließwächer Wunderbare Schließwächer Uh, Kai, er muss wieder kommen Wunderbare Schließwächer Ja Wunderbare Schließwächer Man kann ja alles abschließen Vielleicht kriegen wir hier doch mal zu der Kostnungsübersituation Barriere Ja Wäre ja cool Ihr müsst nur endlich mal mit Baden Fertig sein Los, Kaija Wart schneller Wart schneller Bade um dein Leben Sprecher Sprecher Ja Mach So Will deinen Charakterverdenkthilfen Ungehobelt Das passt doch Okay Ja Ja Rufnamen Das geht Das wird wahrscheinlich schon vorgegeben sein Wahrscheinlich Ach ja Sonst sind super super sicher Ich hab super super sicher Ich hab super super sicher Ich habe mich eingestellt. So, dann kannst du jetzt einmal hier zur Krämerklingel gehen. Dann hast du links den Namen super super sicher. Dann kannst du einfach draufklicken. Deine Gehilfe hat 175 Plätze am Inventar, was du in ihm lagern kannst. Er kann für dich Sachen auf dem Markt verkaufen. Du kannst bei ihm Geld lagern. Ich werde jetzt mal ein bisschen zöcklos. Und ja. Du kannst auch, wenn du jetzt sagen wir den Gärtner auf Level 80 hast, kannst du ihm sagen, er soll auch Gärtner werden und dann levelt er auch. Er kann aber nur so weit leveln, wie du deinen Job auch hast. Sprich, du bist Gärtner mit 15, er kann auch nur Gärtner mit 15 werden. Du bist Gärtner mit 80, er kann Level 80 werden. Ja, klingt logisch. Ja, klingt logisch. So. Machen wir doch hier ein bisschen das Inventar frei. Was man hier alles für Schrott hat. Gut, das Essen sollte ich da vielleicht nicht unbedingt reinpacken. Unendlich viele Fortschöpfe. Oh, noch einer. Ach, da ist auch noch einer. Ja, 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 ey. Was passiert, wenn man seinen Lenu und Tani aufräumt? Ich bin gleich soweit, keine Angst. Ach, hast du Zeit. Oh Gott, ich habe nur eine zweite Seite. Ich habe viel zu viel. Sehr schön. Okay. Ja, mein Anfänger. Meins. Wie der Anfänger, ja. In der Tat, in der Tat. Aber leider ist sehr viel da nur auf einem anderen Datencenter. Echt? Mhm. Leider. Also ich habe es in letzter Zeit, vor allem heute, habe ich glaube ich 5 Anfänger auf Chaos gesehen. Ja, okay. Außerdem bist du ja Anfänger, du bist ja auf 50. Du bist ja Anfänger. Na, gefühlt schon. Du bist fortgeschritten. Gefühlt bin ich noch Anfänger. Bleibe, glaube ich, auch ewiger Anfänger. No. Mit dir will ich mal Savage-Inhalte laufen, also die ganz Schwenden halt. Oh je. Oh je. Das wird lustig. Mhm. Mhm. Ja. Na, mit dir würde ich es machen. So was wie vor. Also wo wir eben beim Thema Ausweichen waren, ne? Mhm. Da sind AOE-Blächen, die sind so schnell da, wie sie auch wieder weg sind. Okay. Also da brauchst du einmal zwinkern und die sind auf einmal wieder weg. Oh, sehr schön. Wir heißen deine Quest gerade. Äh, von Hauptquest? Mhm. Über die Schwelle des Sonnensteins. Noch 71 Quests. Ach du Scheiße. Ja. Schön. Mhm. Mhm. Ja. 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 Aber ich muss diese an eine Quatsch-Questien abgeben. Ja. Es ist nicht leicht, bin zu sein. Ich muss ihn abgeben. Willst du in einer Runde Hauptsinnahe laufen? Ja. Oh, mein Essen kommt. Ja. Oh, danke. Warte, warte, warte. So. Danke. Oh, sogar mit Baguetto. Baguetto? Danke, mein Schatz. Danke. Gehst du jetzt ins Bett? Okay. Greifst du mir dann nochmal? Okay. Schmeckt lecker. Super. Ich werde gestockt beim Essen. Wie denn das habe ich jetzt in der Zeit was zu tun und zwar Eis essen? Oh, lecker. Eis mit Erdbeeren. Oh. Geil, oder? Geht da auch was ganz Leckeres, eine leere Wasserflasche. Ja, die hatte ich bei der einen INI eben doch. Also alles bis zur Unendlichkeit leer. Ich bin verrückt geworden. Wieso macht reinhaft bereit? Er ist Waldwerfer. Er hat den Waldwerfer nicht auf 50. Er kann da gar nicht teilen, nee. Warte, ich gehe kurz hoch im Teamstück und zeige ihm das. Okay. Meine Herdbeere. Oh, jetzt. Neuerüstung. 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 Diesmal gehen wir zum richtigen Händler. Juhu! So, bist du bereit für Inni? Warte, 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 sofort, 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 sofort. Okay, ich warte, ich warte, ich warte. So, warte. Anlegen. Ja, ich warte. Anlegen. Ja, jetzt bin ich bereit. Okay. Oder will sie meine, 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 ein Rüstungsteil wieder haben. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, wie du, Hermanns, ich, nee, ich bleib hier. Alter, nee. Oh, ich bin gestraft heute. Ich bin echt gestraft. Warum habe ich die heute bloß schon mal gemacht? Das ist echt grauenvoll. Ich sage noch, die mache ich nie wieder. Und ich habe gedacht, dass ich nie ein Rüstungsteil bekommen habe. Ja. Wir sind hier. Mhm. Oh, shit. Here we go again. Oh, ja. Oh, ich liebe es. Wie schön ruhig das noch am Anfang war. Keine Innis. Ja, einfach nur die Questen machen. Unwissenlich, was einem alles erwartet. Kommt es Jahre vor, als ich noch ganz am Anfang auf Suche 1 war. Nachher sind wir in den Zeiten, oder? Mhm. Hol mich auf die neue Klasse. Kann ich, wenn sie erst mal wieder bei 1 anfangen. Kann ich mal einen neuen Charakter machen. Mhm. Aber wie immer du bist, dass wir 50 spielen. Mhm. Ich habe nichts gegen Innis. Es gibt aber so ein oder zwei, die habe ich echt passen gelernt jetzt schon. Astrom und die hier? Mhm. Mhm. Genau die beiden. Ja gut, und dann gibt es noch Innis, die finde ich toll. Sag nur Mokri. Mhm. Und die in einem Schloss. Kommt ihr her, dein Haus? Hm, ich glaube, ja. So, bitte nicht wieder sterben. So, bitte nicht wieder sterben. Direkt da. Dann zocken ich mir keines, wenn ich nicht mehr im Kopf. Ja, das ist auch her, das zeigt mal, als ich hier laufe. Echt? Mhm. Jetzt ist mein drittes Mal hier. Das erste Mal war noch ganz okay. Wobei, nee, beim ersten Mal bin ich auch gestorben. Beim zweiten Mal vorhin bin ich sechsmal gestorben. Mit der kompletten Gruppe. Hier bist du ja noch gar nicht. Hier bist du ja noch alles für her. Ja, da, 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 da. boys. Oh, nicht gestorben. Bisher. Schön. Ich bin begeistert. Hm, falls du hier irgendwann mal als Tank drin bist, die Dinger ich dir immer hier aus diesem Gebiet rausziehen. Ah, okay. Bekommt mehr Schaden. Gut zu wissen. Wenn ich es mir bis dahin noch merken kann, ist es noch besser. Mhm. Aber, ja. Wobei ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in naher Zukunft erstmal Tank spiele, ist nicht sehr gering. Ich glaube, ich gehe erstmal so die ganzen Damage-Spieler durch. Danach wahrscheinlich der Heiler. Ganz. Ganz. Ganz zum Schluss. Ich gehe tankt. Ja, aber mit Tank kommen wir überhaupt nicht. Da muss ich mich wirklich reinfuchsen. Das wären dann wahrscheinlich eher so Sachen, die ich dann mit Leuten machen würde, die ich kenne. die mich dann nicht gleich umbringen, wenn ich Scheiße baue. Die mich dann wirklich üben kann. Und wenn ich jetzt nicht mehr so Aufmerksamkeit aufmerksam bin, ich bin jetzt mehr als 24 Stunden wach. Meine Aufmerksamkeit-Spanne war am Ende bei Null. Sogar minus Null. Ja. Hunderbare Schließwächer. Wie baraliert man halt. Ich habe alles produziert. Super, super sicher. Wo wie kann ich die auch mal gucken können Was ist das? Boah, was hier überleben wir? Ich lebe noch. Na, ich bin unruhigend. 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 Nein, ich bin unruhigend. Ich bin unruhigend. Oh, dein Arten. Viele Felspale. Pumpe geht Oh nein Pumpe geht Pumpe geht Pumpe geht Pumpe geht Pumpe 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 Nicht wieder Froschen, bitte nicht wieder Froschen. Frosch, Frosch, Frosch. Nicht wieder Froschen. Was zum Teufel ist Froschen? Vorhin wurde mir hier sehr oft der Zustand Frosch erteilt. Ach, den du hier reinhergert hast. Ja, und ich weiß gar nicht, man muss sich hier auf jeden Fall in irgendeine Kreise reingerannt. Damit ich wieder normal werde. Ja, das ist auch die Mechanik, du musst dich in die nächste Kreise, in die nächste Potem reinstellen, wenn du keinen Debuff bekommst, aber geht. Ja, und unser Heiler war wohl in der Lage Debuff zu geben. Ich musste mir also meine Kreise suchen. Der hat wieder einen Reinhardt vor mir rum. Mhm. Noch nicht einmal Froschen. Glück. Ja, ich hatte echt Glück. Ja, ich hatte echt Glück. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich bin noch Khora. Oh. Ich bin noch Khora. Ich bin noch K sufficient. Ich bin noch K انend Und bin noch K Para, Oh Come, Barry, sieh'r frei Yay Oh 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 I'm ready Oh Oh Vielen Dank. Die Runde läuft besser als die eben, ne? Ja, so ist es. Die Runde läuft besser als die Runde. Die Runde läuft besser als die Runde. Die Runde läuft besser als die Runde läuft besser als die Runde läuft. gerade so ruhig bei der wir sind hochkonzentriert konzentrierten einmal in meinem zeit und man soll leider beise genannt macht keinen spaß ja hier sind wir vorhin auch ganz oft gestorben das ist ein blöder kakapu 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 Okay. Ich weiß gar nicht, was du uns damit schon gefallen tun würdest. Ich weiß gar nicht, was du siehst. Ich weiß nass. Ich weiß nass. Und noch Leute da. Und noch 21. Sehr schön. Danke, Paul. Hast du sie bekommen. Ich schaue schon mal nach, wie du siehst. Ich glaube, ich kann mir noch kein neues Ausrüstchen verkaufen. Dann habe ich sie überhaupt bekommen. Nein! Was denn? Ich habe 434 und 510 brauche ich. Das wird so ein Stück. Das ist bitter. Und noch eine in die Laufung. Ich muss auch noch ein bisschen. Okay. Ich muss noch vorher einmal aufs Klo. Dann gehe ich nicht. Obwohl ich nicht gehe. Dann hole ich mich schon was zu trinken. Ja. Dann. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.